Hallöchen, herzlich willkommen zurück von der Strange Brigade mit dem Papillon und dem Smitty und den Neon Green Monkeys und mit mir dem Floki. Darf ich was gleich hier am Anfang sagen? Nein, ich habe keinen Badeansuch dabei, vergiss es. Ich wollte nur sagen, dass ich den Smitty schon abgetrocknet habe und er sich wieder gekleidet hat. Das hättest du wohl gerne. Das hättest du wohl gerne. Der ärgerlich. So weiter geht es an dieser Stelle. Weiter auf der, wo sind wir auf der Insel? Oh, ist hier tatsächlich mal ein Rätsel oder was? Ne. Oh, die wurden geschnitzelt. Wer schreibt sich freiwillig rein, wenn ich darauf schieße? Soll ich mal interagieren? Ja, interagier mal. Dreh mal am Rad. Oh, äh. Welches jetzt? Welches jetzt? Ne, das nicht. Es fehlt eins. Wo ist die letzte? Ne. Scheiße. Sucht. Katze. Katze. Hast du die Katze? Ne. Wollte erst mal gucken, dass sie auch noch was abkriegen, aber das wird wohl nichts. Ne, ist auch nicht viel über gewesen. Es war nur die eine Truhe und ein bisschen. Genau. Für so eine große Stadtskammer ist jetzt ziemlich wenig drin. Das ist wohl wahr. Sie sind ganz schön knauserig hier. Echt mal. Können die Toten mal ein bisschen mehr rausrücken hier. Oh. Cool. Irgendwas hast du da aktiviert. Ja, eine Falle. Das ist mal ein R gesehen. Also ich bin hier durchgegangen durch den... Ah, ich sehe sie. Ah. Ist schon schwierig mit dem Ding auf Entfernung, ne? Ja, ja. So ein präzise Schüsse sind damit nicht so einfach. Hatte ich eben auch. Deswegen stelle ich mich jetzt mal vor die Mumien. Ja. Und hole sie weg. Willst du nochmal durchlaufen? Anscheinend will er nicht. Entschuldigung. Jetzt mal wieder zurück. Da rennt einer mit ner Truhe weg. Ja, schnell hinterher. Mensch, dass ich diese Sachen überbrauche. Ja. Wir haben's. Achso, das ist aber nur eine zum Kaufen dann, oder was? Nee, manchmal hat der auch solche Sachen. Okay. Die wir brauchen. Oh, ich bin ja schon aufgeladen. Und hier gibt's natürlich wieder viele Wege, ne? Hm. Geht erst mal so aus. Ich geb mir mal ne Waffe. Was gibt's denn? Was gibt's denn? Die Twin-Shooter. Mach mal nicht so ausstellen. Wer ist mit der Truhe dran? Ich gebe die Truhe ab. Scheiße. Oder bin ich mit der Truhe dran? Du hast gerade eine aufgemacht. Oh. Erstmal müssen wir hier ein paar Gegner erledigen. Okay, warum krieg ich nie aus dem Unterholz hier raus? Ja, was weiß ich auch nicht, wenn die nicht stimmt. Bleib doch da unten liegen, Jungs. Aua. Komm nicht mehr so. Achso. Oh. Was ist denn bei einem Pavillon hier hinten los? Was sind denn da hinten? Das sind Skorpione. Peitschen die Schüsse. Oh. Hier da hinten. Geht mal da rein. Schieß mal auf die Feuervase. Oh ja, da ist ne Truhe. Ich hab ja versprochen, dass ich nicht alles loote. Dass ich euch die lasse. Siehste, so bin ich zu euch. Zu meinen beiden Ladies. Blöd nur, dass ich viermal mit den Schrittstücken kriege. Hehehe. 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 Schon wieder eine Truhe gefunden? Ja. Mit dir hat ein Rätsel entdeckt. Ich hab ein Rätsel entdeckt. Ich hab ein Rätsel entdeckt. Scheiße, wo bist du denn überhaupt? Ich weiß auch nicht wo. Also ich komm mal zu euch. Hier bin ich. Die Truhe ist auf einer anderen Seite. Da ist so ein Tempel woanders. Da ist so ein Tempel woanders. Ja. Da könnte einfach wieder nicht warten. Ne. Ja. Hier ist so hoch. Junge, aber wenn dir eine Truhe riecht, dann macht der Meter. Hehehe. 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 Ich weiß gar nicht, wenn er uns alle Truhen überlässt, dass das funktionieren kann. Hehehe. Irgendwann stimmt doch hier in der ganzen Zeit nicht. Wir verschleiten uns wieder die Hilfe. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ich hab euch doch wohl... Du hast uns Truhen genannt, aber das heißt ja nix. Was? Wir können alle... Mach mal an hier. Achso. Boah, schießt schon wieder einer. Ich? Achso. Na dann mal ran. Jetzt bin ich wieder mit der Truhe dran, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Hehehe. Komisch. Kommt mal nicht rein, hier. Okay. Das sieht ja kompliziert aus hier die Anleitung. Oder ist ne Waffe drin? Eine gibt's noch sonst da hinten, wenn noch keine Ahnung hat. Das ist Special Waffe. Ah, okay. Und zwei Truhen sind hier drin. Ich nehm die linke Truhe. Wenn ich darf. Welche linke? Okay, dann nehm ich die rechte. So. Wie sie... Wie sie schon die Beute aufteilen? Nicht mal geguckt, wie so scheiß geht's hier funktioniert. Erstmal das Wichtigste, ne? Die Beute. Dann können wir mal gucken. So, hier. Da muss sich einer drauf stellen. Und dann? Ja gut, ich stell mich drauf. Schieß mal da oben drauf. Aha. Ja. Important. Ich will mal kurz AFK, Leute. Ja. Okay, ähm. Ist ganz easy. Zieh mal... Ach so, ja. Hast du so ein Dreieck, zieh mal? Am Hebel? Das Dreieck? Das Dreieck habe ich wahrscheinlich drüben auf der anderen Seite. Moment. Nämlich keins. Hier habe ich eins. Und zieh mal dran. So, da bin ich wieder. Dann zieh mal eine einer 4 würde ich sagen. Sie aussieht wie eine 4. Oder eine Stimmgabel, wie man es möchte. Ist vorbeigelaufen, hinter dir. Ja, ich wollte gerade... Achso, kein Problem. Entschuldigung. Aua. Eine Falle. Du Stimmgabel. Ja, ist doch aber hier. Es ist der Vogel. Ah, der falsche Vogel. Entschuldigung. Du musst da das andere nehmen. War da kurz? Es war völlig daneben. Was ist denn das andere? Ah, hier gegenüber. Rechts. Das erste. Entschuldigung. Ich habe den Vogel verwechselt. Der andere guckt ja so komisch. Der andere guckt ja so komisch. Der andere guckt ja weg. Also hier die... Nein, nein, nein. Ganz vorne. Den Zopf. Ganz vorne bitte. Ganz vorne. Du musst mich verrückt. Ah, hier das Labyrinth. Das Labyrinth. Nennen das das Labyrinth. Und dann den G-Stock. Den G-Stock, den G-Stock, den G-Stock, den G-Stock. Ja, da. Ja. Natürlich ist das ein G-Stock. Naja, was würdest du sonst sagen? Naja, klar. Das heißt, eine Ex-Tabelle. Die Ex-Tabelle. Die Ex-Tabelle. Ah, das war ein Spaß. So, ich bin oder was? Ja, bedient euch. Ach ne, ah ne. Ja, aber nicht alle Truhen. Also eine gehört euch durch die hier. Und hier wäre noch keine Special Waffe. Hier ist eine umsonst. Floki. Floki. Ja. Genau, Floki. Hier haben wir die antike Figur noch mit. Habt ihr, habt ihr jeder eine oder was? Na klar. Gucken, was hier ab geht. Nicht viel. Hier geht's nur zurück. Da müssen wir doch hin, oder? Ja, nicht. War hier nichts weiter, glaub ich. Richtig. Munition brauchte ich nochmal. Gibt's da noch ein Beutelchen? Hm. Naja, gleich geht's. Ah, hier ist noch ein Buch oder so hier. Oh, tatsächlich. Guck mal an. Keine Muni hier, ne. Ah, vielleicht kommt gleich welche. Ja, stimmt. Wir haben schon wieder eine Rätsel. Wer stellt sich in die Mitte? Katze? Katze? Wo sind die Katze? Wenn ich das wüsste, hab sie noch nicht gesehen. Ah, da. Ich hab sie. Da ist das Katze. Oh Gott, ne, diesmal. Ich mal an hier. Gut, wir brauchen, äh, geradeaus hast du, ne? Wo der Eingang ist, da hast du die Symbole wieder drüber. Ja, ja. Also erstmal die zwei Schwerter. Das ist das, äh, Dreieck. Dann haben wir das Vögelchen, das ist das Labyrinth. Ist das das gleiche wie eben, oder was? Ja. Genau. Wer ist denn jetzt mit der Truhe überhaupt dran, als nächstes? Ich. Gut, ich hab einen gefunden. Warte mal. Und den G-Stock dann wahrscheinlich, ne? Nee. Und den G-Stock dann, ne? Ja, stell dir mal vor, wir hätten auf mich gehört, dann hätten wir ja alles falsch gehabt. Ja. Komm mal mit, ich hab ne Truhe gefunden. Erschnüffel. Geh mal weg da, Schmocki. Erschnüffel. Wo bist du denn überhaupt hin? Hat er, hat er tatsächlich wieder die Treppe hoch? Ich hab hier auch, äh, ist das ne große oder ne kleine? Ne große? Dann nehm ich die groß, die unten ist ne kleine, die können wir anders haben. Ach so. Oh oh. Ich hab schon gelootet. Oh, da ist ein Edelstein drin, kannst du da haben. Den würde ich gerne nehmen, ja. Sehr gerne. Gut, wer ist mit der Kleinen dran? Das ist eure Sache. Na dann mach du. Wo sind die? Ach so, na gut, ich bin schon da, ne? Die ist doch schon leer, du Arsch. Unten ist die, nein. Ach so. Die ist unten, die ist noch nicht leer. Jetzt wird sie grad aufgemacht. Ah ja. Hier. Ah ja, okay. Und da oben kamen schon ein paar Gegner, äh, ran spaziert hier. Ich hab's gehört, wie sie rumgestöhnt haben. Ich hab's so schwer. Ach. Will nach Hause. Alle wollen mich immer erschießen. Mit Ruhe für 500. Und ein Buch. Wo ich stehe. Oh. 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 Mach auf. Gön sie dir. Oh. Oh. Jippie. Links und rechts hoch. Habt ihr euch ja schon links Lande macht. Oh. Oh scheiße, ich hab ja mal ne Spezialwerte. Scheiß. Ok, hier ist auch noch mal ein kleines, äh, kleines Kämmerlein Hier ist doch wieder, äh, ein Kämmerlein, oder nicht, ne? Ach, oh, Entschuldigung Das hat aber gerissen Was, tut mir leid, das war keine Absicht Soll ich meinen Trank nehmen? Ich bin ja fast hinüber Haha Na, wollte er mich brützeln sehen, wa? Am liebsten schon So fragst Brützelt hier jetzt noch was? Nö Haha Braucht jemand ne spezielle Waffe? Nein Oh, das ist natürlich gar nicht schlecht eigentlich Hier ein Trank, äh... Ja, warte, die nehm ich mit Wird erstmal alles weggeballert Kannst du einfach so nehmen, oder? Wird das nicht? Doch, okay, das würde eigentlich auch gehen, glaub ich, oder? Ja, und warum sagt ihr das nicht gleich? Haha Ich weiß nicht Wir wollten dich einfach mal ein bisschen ausrasten sehen da in der Höhle Aussicht ist hier gar nicht schlecht Ja, das stimmt eigentlich Nicht so warm am Arsch werden würde ab und zu hier auf dem Feuerding jetzt Na ja, legst ein bisschen Fleisch drauf, ist schnell durch, ne? Das stimmt, der grill gleich am Mann So sieht's aus Wollen wir hinten nochmal runter gucken, na hoch gucken auf der anderen Seite Wie geht's doch noch weiter hoch? Ja, da geht's weiter, glaub ich, ne? Achso Weiß ich nicht, geht's hier weiter? Ja, wahrscheinlich, ne? Da ist ein Tor in den Tempel wahrscheinlich hin, oder so, ich hab keine Ahnung Hm, okay Dann nochmal hinten rum gucken, was da ist Das ist ein Gelatsche hier Ja Dann können wir mal ein Taxi rufen Oh, das ist gar ne schlechte Idee Na, wer schießt drauf? Oh, schießt keiner rum Nee, die Gedanken hatte ich aber auch Achso, da müssen wir doch mal hinten rum, oder? Weil wenn hier der alte Tempel ist Ja, lassen sie doch einfach die Folge einfach hin und her laufen Ja, das stimmt Ja, das stimmt Es sind Die Leute Das ist Oh, das stimmt Das stimmt Ich Das stimmt Das stimmt Ich Mann, strömmen die da runter? Haben wir sie? Jo. Haben sie umgetreten? Also gehen wir dann nochmal zurück, ja? Ja, ja. Ja, na gut. Weil der Tempel ist unser Hauptziel. Ja. Sind wir nicht von hier gekommen? Nein. Klar sind wir von hier gekommen. Boah. Tatsächlich, wir sind von hier gekommen. Das haben sie aber gerade geändert. Ja. Ich habe gerade auch den Patch gekriegt hier. Das müssen die geändert haben. Nee, ist hier nur der eine Weg, der ist nicht. Oh nee. Oh nee, ging's ja. Oh nee, da wollen wir auch. Oh Gott, jetzt bin ich ja schon wieder in der Nacht. Entschuldigung, tut mir leid, das war keine Absicht. Nee, aus Versehen ist die Person losgegangen. Richtig, da habe ich nicht richtig gesichert. Kommt nicht wieder vor. Ja. Ah ja, guck mal, liegen drei Tränke, ist doch alles gut. Checkpoint, so hat es auch klar. Wieso gerissen eigentlich? Ich feuere schneller und lade schneller nach. Naja, nehmen wir das mal. Liegt bestimmt irgendwo ein Buch rum. Also mir fehlt nur ein Mini-Vitzel, wenn ich jetzt hier noch einen Tranken nehmen will. Nee, ich habe auch nur das kleine Stückchen da oben. Voll. Also. Na dann. Was hast du denn gegen den Dschungel? Oh. Hier kann man irgendwas ziehen. Zieh mal. Wer ist dran? Mhm. Wer ist dran, wer ist dran? Scheiße. Oh, ihr Schweine. Was ist denn? Kommt davon, wenn man so gierig ist. So ist es. Einfach überall drin rum hier nippelt. Nipp. Hier, die Hühner. Die müssen dran glauben. Was ist denn das jetzt? Ja, dann hältst du mal nicht. Jetzt schießen. Jetzt schießen. Jetzt schießen sie bitte. Bitte schießen sie jetzt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ist mal wieder ein Dingball draufgegangen. Oh, 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 oh. Der war nicht so gut. Der war ganz gut. 12 Feinde. Ganz cool, der Feuersturm da. Jo, muss ich auch sagen. Alle klatten mir auf. Und ich gönne mir mal Munition. Und ich gönne mir mal Munition. Oh, Katze. Katze. Miete, Katze. Katzenraum. Katzenraum. Gab ein Ding ist. Was ist denn ein Ding ist? Errungenschaft. Ja, gab es. Ja, habe ich auch gekriegt. Und Edelstein habe ich gekriegt. Ich bin zufrieden. Wäre die Katze aufgesammelt? Habe es nicht gemacht. Ich auch nicht. Ja, ich. Ja, natürlich. Ja, ich habe doch die ganzen Kohlen eingesammelt. Aber das ist doppelt wie ich an Geld. Ich weiß gar nicht, wie er das macht, wenn er an Zitronen alle regelär überlässt und sagt. Ja, ach. Das verstehe ich nicht. Ich habe jetzt, also jetzt könnt ihr ja nicht irgendwas behaupten, ne? Gesehen haben wir es nicht. Ist gut, beruhigt dich. Alles gut. Können nichts beweisen. Zum Beispiel hier eben, die Truhe. Floki hat sie vor seiner Nase gehabt und lässt sie hier stehen. Er sagt aber auch gar nichts zu. Ne, natürlich nicht. Dann lass die, äh, fürs Midi. Ach, alles gut. Mach ich. Ich bin nicht so gierig hinter dem Geld her. Ich auch nicht, ich auch nicht. Als wenn ich jetzt gierig wäre, Leute. Warte mal, ich kann doch mal kurz die ganzen Gedichte wieder aufrufen, wo du gesagt hast, explizit das hinter dem ganzen Geld her bist. Da liegt noch ein Buch übrigens hier auf einer Fensterbank, ne? Wenn ihr es noch nicht habt. Ja, da können wir in Katzenraum runtergucken. Linder. Richtig. Ist auch gemein, wenn du nicht alle Katzen gefunden hast. Ah, da unten ist es. Achso, ich kann ja hier an den links ran. Ich friere dann fein den Weg ein, so leichteres Ziel, ne? Ja, rüsten wir mal aus. So. Ziehen wir mal am Hebelchen. Jo, sieht schon ein bisschen nach, äh. Und dit. Warum habt ihr denn da gerade so weggeguckt? Ich hab Angst vor dem. Ihr beiden seid schuld, dass wir den jetzt haben. Wieso? Na ja, ihr habt an mir umgebracht. Ich war das nicht. Ach, war das dieser komische Köter da? Dieser... Ja. Wie, du warst das nicht? Naja, also ich war das nicht. Ich bin eine Pilotin, die erstmals später dazugekommen ist. Da habt ihr jetzt Schild. Das ist natürlich recht. Was ist denn hier? Wir müssen hier mal so ein... Hier ist eine Truhe. Nimm das Schildfragment. Unsere Ghostbuster-Ausrüstung mal auspacken, oder? Dann schlotzen wir den einfach irgendwie in so eine Kiste und fertig ist. Jede Menge fallen auf jeden Fall. Ja, Truhe zum Kaufen könnte ich eigentlich... Ne, ich hab ja noch was. Ein paar Tränke. Da geht's doch gleich wieder ab wie Schmitz. Davon geh ich mal aus, ja. Das ist schon ein bisschen unübersichtlich hier. Gut, ich hab was zum draufstehen. Ja, ich auch. Es gibt vier Punkte, wenn du da um... Hast du da um Acha was gehabt, oder was? Ja, das ist meiner. So, aber ich würd sagen, wir ruhen uns noch mal aus, bevor es richtig losgeht. Ja, würd ich auch sagen, ne? Dann, äh, ja. Dann haben wir jetzt halt mal so einen kleinen Cliffhanger. Richtig, das heißt, ihr müsst unbedingt nächste Folge wieder einschalten, wenn ihr wissen, was jetzt weitergeht. Und ihr müsst den Daumen oben dalassen. Und ihr müsst den Floki LP und die Neon irgendwie mal kurz abonnieren. Damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir die nächste coole Folge haben. So soll's sein. Dann, äh, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis denn. Ciao. 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 Ciao.